Lüge das ist sich das ist jetzt auch keine neuen Skins geht keine neue Neues geht keine neuen Skins geht keine neuen Skins keine neuen Skins sag mal hallo lass mich mal durch auf gar keinen Fall sie in Scheiße gehen sie hier durch was ist, was, 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 lass mich jetzt durch wir wollen, dass wir die Welt schützen für was schützen alle, alle wollen keine Skins, wir wollen alle Neues geht deswegen werden wir keine Skins bei diesen Spiel rein machen also würdest du jetzt sagen ich bin jetzt so geizig ich verspurt jetzt mal die Welt, wenn ich ein kleines Kind habe oder was ja, genau so und auf keinen Fall fahre ich hier durch du bist irgendwie vernünftiger lass mich jetzt durch nein, wir lassen dich niemals durch weil wir wollen die Welt retten und und keiner darf Skins benutzen wir brauchen noch Skins für die Umwelt das ist die letzte Generation wir müssten unsere Welt schützen ich verstehe deine Logik nicht was meinst du mit alles und kein Skins benutzen ist doch gut nein Skins sind schlecht man gibt auch unnötig Geld aus und ja das ist schlecht für die Umwelt du willst mir halt so sagen also ich darf jetzt nicht hier kacken oder was nein okay wenn ein Hund kackt ist der Hund kackt darf kacken oder ja das ist bei ihm menschlich ach so also wenn ich wenn der Hund kackt passiert ist bekommt er keine Strafe aber wenn ich kacke bekomme ich Strafe oder was Sie sind noch ein Mensch und können es aushalten ein Hund muss sein Geschäft erledigen aber ein Hund ein Hund hat auch wer besonnen wie jeder Mensch ja hör mal zu hör mal zu kleiner Pegel du hast doch auch ein skin und was ist das für uns geht du hast doch ein Pellerskin gucke sie sich mal an du kleiner Pellerschwarzer was schlafen dann was oh oh mein Gott langsam langsam bekomme ich wegen euch ein Herzinfarkt niemals wenn sie einen Herzinfarkt bekommen ja niemals okay letzte Warnung wenn ich jetzt nicht durchgehe dann sterbe ich sie werden niemals hier durchkommen und sie werden auch niemals sterben wir brauchen das für die Umwelt keine neuen Skins alle Schöne herzinfarkt oh scheiße ja ein bisschen übertrieben weckren scheiße 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 ich bin ich in Gefängnis schon wieder so lange Tag oh ja so schwer ist ach ja das wäre ja Ach, wo ist denn dieser Alte? Sag schon wieder. Ah, anscheinend hat er einen Herzinfarkt bekommen. Ich weiß nicht warum oder woher, aber egal. Ich gebe ihm jetzt eine Spritze, das wird ein bisschen wehtun, aber das passt. Abschiebend, Feuer aufwenden. Oh mein Gott. Du, du hast schon beendet. Ich bin von dem Tod zurückgekommen. Dankeschön. Ich habe doch die zu einem Mann gesehen, der nach einem Elektro von mir weg gefrutscht hat. Und jetzt wieder durchfall. Ist das so mein Durchfall? Ja. Wieso? Nehmen Sie das mit. Wieso bin ich jetzt so viele? Das hätte ich gut gebraucht. Oh, dankeschön. Okay. Tschüss. Ich liebe diesen Patienten nie mehr sehen. Ich glaube, ich muss den Arzt, dem meine Nase ist kaputt. Perfekt. Wegen dieser scheiß verdammten Klimaaktivisten muss ich jetzt... Oh, erst mal, warte mal kurz. Oh, scheiße. Ich habe mich mal angefangen. Ich habe mich mal angefangen. Was machen Sie? Ich wollte hier mal geschaffen. Na, ja, ja, ja. Das gibt jetzt 6 Euro Strafe. Oh, sie werden einfach als Gefängnis gehen. Oh, warte, 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 warte. Oder was, was ich, die Vögel, Katze, dürfen ja kacken. Aber so darf ich das nicht. Weil das andere Menschen sind. Äh, die, 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 warum, wo es ein Unterschied ist? Oh, keine Widerrede. Oh, verdammt, das ist, okay, okay, warte mal, warte mal, hier. Ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich, äh, ja, okay, kommt hier, nehm. Was, was ist das denn? Ich hab kein Geld. Das ist kein Geld. Das ist kein Geld. Hör mal zu. Okay, komm auf die Polizei. Komm, komm, komm mit. Nein, 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 ich gebe nicht mehr noch bei der Polizei. Ey, das reicht jetzt. Mein Monat ist im Gefängnis. Oh mein Gott. Was? Mein Monat ist im Gefängnis. Sehe jetzt, komm die mit. Komm jetzt. Immer lass mich fallen. Oh mein Gott. Ich hab noch nie jemand so ein Ekelhaft gesehen, wie sie es. Wenn die noch mehr haben. Was ist das? Äh, äh, äh. Ich bin auch nicht schon in Gefängnis. Ich hab schon mein Gefängnis. Ja, fisch. Ach, sieg. Ihr habt mich doch grad nicht angegriffen. Hör mal, ich bin nicht mehr wie ins Gefängnis. Gehen sie aus dem Auto raus. Okay, ja, was jetzt? Kommen Sie mit. Nein, da geht. Kommen Sie hier rein. Na Leute, das ist alles gut. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Oh, von dir zu. Keine Ahnung. Ich spürte sie eigentlich. Was hier? Komm jetzt in die Zelle hier oben rein. Oh mein Gott. Hier oben rein. So dann hier. Wir kriegen eigentlich den schlechtesten Zimmer. Warum? Ich hab mich mein Scheiß. Ich hab mich mein Scheiß aus. Da ist durch mein Scheiß aus. Hier ist ein Scheuß aus. Okay. Okay. Wie lange muss ich jetzt hier bleiben? 2 Monate. Warum? Weil sie kachen wollten. Und du. Und sie wollten. Und sie haben uns wieder geredet. Und sie haben uns beleidigt. Oh. Ups. Oh mein Gott. 5 Monate. 5 Monate. Okay. 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 Ich hab. So. Jetzt lass uns in Ruhe. Okay. Tschüss. Bis. Bis. So. Essen werden sie nie bekommen, ne? Damit ihr nicht so viel kachen. Okay. Okay. Und nicht so viel Scheißer machen. So. 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 So.